Das ist halt diese Coach-Schluss-Reaktion, wenn man die ganze Zeit immer wieder gemobbt wird und sich wehren, der Körper reagiert dann einfach irgendwann. Ist halt scheiße gefährlich auch, weil du weißt nicht mehr, was du dann tust. Aber ins Gesicht spucken, boah, wie assi ist das dann? Warum treibe ich den Fuß nicht? Gibt's doch nicht. Dreck, Sau. Sau, wie Muni jetzt verschwindet, ey. Alter, denk dich. Also ich hab eigentlich immer versucht, Gewalt zu vermeiden. Ich hab die meisten Mama also nicht gemobbt, eingeschüchtert und gedroht. Ich bin auch kein gewalttätiger Mensch. Ich hab mir auch sehr, sehr vieles gefallen lassen, also... Das hat mich auch sehr kaputt gemacht. Boah, Eier. Ihr wollt's jetzt aber gerade wissen, hier. Ich trete drei Jungs durch eine Scheibeaktion, wurde mir sogar der Abschlussklassenplatz gemacht. Im Nachhinein Affekt, Situationen sind funny. Ich hab mir aber immer ignoriert und mir nichts anmerken lassen. Ich hab mir auch sehr vieles nicht anmerken lassen. Und die haben dann immer so gemacht, ähm, so dann auch geflüstert, als ob ich's nicht hören würde. Als ob ich taub wäre. Aber ich hab dann einfach das auch ignoriert. Sehr, sehr vieles. Aber es hat immer wehgetan. Bis heute. Nein, ich hab keinen Schlüssel mehr. Biosensorisches Zielfernrohr. Oh, nein. Das ist ja gar nicht gut. Wieso krieg ich die Scheiße? Oh, nee. Erinnert ihr euch noch? Ich weiß es nicht, Nino, was mit der Playstation war. Ich hab keine Ahnung. Ist, äh... Dein Lieblingsgegner. Aber sowas von. Auf die kann ich echt verzichten. So, jetzt ist die Ebene unten. Ich werd natürlich nach unten gehen, weil... Blut. Muss ich hier jetzt lang? Ich hoffe nicht. Zwischenziel. Ich hoffe, das ist keine schlechte Idee, jetzt hier reinzugehen. Vielleicht war's doch eine schlechte Idee. Ja, ich muss nicht mal heilen. Das sieht nicht so gut aus. Schießpulver. Ich hab was gehört. Schießpulver. Ich hab was gehört. Ich hab was gehört. Okay. so schnell nachladen wurde ich gemobbt ich weiß nicht ob ich da rein will ach du scheiße ja nee 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 das sehe ich nicht oh fuck eisteve danke für dein resub im 19 monat vielen vielen dank weil ich mich nicht so gekleidet habe wie normales normales mädel mit kleidchen oder rock oder sonst was ich habe halt immer fußballkleidung so getragen weil ich gern fußball gespielt habe ja das reicht schon als grund ja sind doof ja war nicht zu weiblich keine ahnung aber kleidung macht jetzt nicht geschlecht aus ich finde das total hohl einfach ist es auch es ist einfach bullshit und wer mich nicht mag der kann einfach weitergehen da habe ich kein problem mit das ist ein dicker brocken ich mag dich glaube ich zumindest das ist sehr nett bei mir war es wegen rotschaft sommersprossen dick und so weiter gab genug aber dafür war ich stärker als die okay es ist wie gesagt es sind immer irgendwelche äußerlichkeiten meine schwester hat sich immer mit den jungs geprügelt respekt ich bin auf waa okay warte 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 da habe ich dir einen fast die hand gebrochen manche gehen so weit dass sie es nicht nicht dann checken wenn es zu spät ist hey habt ihr getroffen äh die scheiße der untergrund ist kacke bei mir war es meistens wegen religionshintergrund wow das sind immer so die banalsten gründe einfach ich muss jetzt zwei minuten so reden in dieser totalen dunklen finsternis das ist ja richtig toll ich finde es wunderbar von dir rino oh ne kiste ich hoffe ich werde hier unten auch belohnt mit schönen dingen ist es überhaupt der richtige weg ich hoffe nicht ich will eigentlich nur gucken ich habe genau den chat geguckt du dreck oh junge dankeschön klaus bot das war genau in dem timing gerade ich habe mich ganz leicht erschreckt aber ich ja ja du mich auch böser bot ja ja er hat mich jetzt im kreis gelaufen ich bin verwirrt ne das ist ein anderer eingang spiel was willst du von mir spiel was willst du von mir spiel was willst du von mir wer ist denn ich bin grad verwirrt okay oh hier ist noch was was ist denn ne schlange und jetzt ne tote schlange ne viper ich hab gar keinen platz mehr oder doch hab ich ne ne es war ne viper weil was ist denn das hier für ein scheiß weg bin dezent verwirrt hier war ich auch noch nicht drin das heißt hier kann doch was passieren zwei minuten sind um ok oh gott endlich alles das war bring me a challenge Mir gefällt es hier unten nicht. Ich fühle mich sehr angreifbar. 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 Ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Es sind sogar mehrere. Das ist ja uncool. What the fuck? Herstellen. Kann ich was herstellen? Wie wäre es mit Gewehrmunition? Ich fühle mich sehr angreifbar. 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 Ich fühle mich ganz angreifbar. Ich fühle mich mal hier unten. Verbrannt heute noch, war ein bisschen unter Druck und war so dämlich an heißen Schraubens. Wenn man gedankenlos was Heißes anfasst, das klingt irgendwie falsch. Gute Besserung an deinen Fingern. Ich dachte auch an Elsa, ja. Das gefällt mir gerade gar nicht, es ist so ruhig, hier liegen überall Leichen. Ja, nee. Oha, Mosi. Das fies. Jetzt noch ein mehr gemacht, ne? Dreckiger. Dreckiger. Du Schiff. Dreckiger für die 340 Bits. Was ist jetzt mit den Schatz hier? Da komme ich durch. Das ärgert mich gerade. Teil 1 der Hilfe abgeschlossen, jetzt noch was bei anderem helfen. Mach in Ruhe, wie gesagt. Der Stream war ja heute auch sehr spontan eigentlich. Also er war schon für mich geplant, aber ich wusste nicht, ob es stattfindet. Extra will ich ja nicht erschrecken. Ah, das ist sehr großzügig von dir. Vielen Dank. Das weiß ich doch zu schätzen. Das Spiel für mich gerade trollen, oder? Warte mal. Da oben. Achso. So, die Tür ist zu, ich gehe glaube ich noch mal zu unserem ... Gut, der hat ... 1 zu 0. Der hat mich erwischt. Gott! Gott! Ja, das war sehr gut. Das war sehr gut. Das ist ja schön, dass er das noch bestätigt mit den Bits, dass das sehr gut war. Das freut mich ja ... Das freut mich total. Ähm, ja. Auf der ich da abgesprochen habe. Was? Das ist ja helle. Also Timing könnt ihr manchmal echt gut. Ich mache mal weiter bis später. Bis später. Danke Chloe für die 350 Bits und danke Ben für das ... Gut. Gut. Ich will dich ... Weil ich will dich erschrecken. Oha. Oha. Also ist eigentlich egal, wer von euch beiden das jetzt gemacht hätte. Ich hätte mich so oder so erschrocken. Ich war nämlich gerade abgelenkt. Schweine. Habt ihr jetzt nochmal auf Nummer sicher gemacht, ja? Ja, ja, ja. Und mehr geben mir. Herr der Wasserstraße. So, das ist die Aufgabe. Schauen wir mal. Ich wusste, du warst ein Go-Getter. Huh. Gute Sachen, Strach. Wann eine komische Reise. Gute Sachen. Einen Fluchen. Okay. Das soll wie mein Real Life. Not genug. Oh Gott, jetzt habe ich genug gesagt, ne? Ich sollte auch ins Bett gehen. Ich will nachsprechen und rede auf Deutsch. Oh mein Gott, ich bin so los. Kann ich noch irgendwas machen? Ich habe nur noch 8.000. Das wird schwierig. Aber so Climidament. Ne, das ist wirklich hohl. Also das war nicht mal witzig. Es war einfach nur ein richtiger Fail. War so süß. Ne. Ne. So, was könnte ich denn holen? Ja. 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 Die Mache ich mal weg, den brauche ich nicht, weil ich habe jetzt das Hochleistungsziel Fernrohr. und das würde ich gern ausrüsten weil wir nehmen die ganze zeit nämlich nur unser taktisches messer und somit bleiben die messer immer unversehrt machen platz weg hallo bubbles ich glaube das war die schublade ja und hier ist und schatz ist aber gleich in der gleichen okay ich gucke mal das ärgert mich hier bin ich jetzt auch nicht weitergegangen glaube ich warum auch immer ich weiß es nicht weil es so nach falle aussieht spiegel mit perlen und robin guti guti dann können wir weiter welches gemüse erzählt die besten würze die kichererbsen und Vielen Dank. Ja, dann musst du halt weiter tanzen, Iko. Ich renne nicht weg. Ich bin im Kreis gelaufen. Kann das jetzt ernsthaft denn... Ist das dein Ernst? Hier ist einfach der Anfang. Und dich machen mir gerade die ganze Zeit Sorgen, warum das hier so ruhig ist. Ich trage dieses Symbol nicht umsonst, ne? Zorro ist mein Liebling. Scheiße. Nicht fluchen. Ja, ist... I'm sorry. Ich war nur gerade wieder über meine eigene Unfähigkeit erschrocken. Chloe, danke für die Vergiftung an Bubbles. Elend, danke. Ich bin gerade verwirrt. Muss ich jetzt im Untergrund rumlaufen oder nicht? Habe ich da irgendeinen Weg verpasst? Es sieht halt so aus. Ach, Mann. Dann gehen wir wieder runter. Hm. Da komme ich runter. Alter, Mosi. Puh. Also, wenn ich Gegner treffe, dann weiß ich, dass ich richtig bin. Das muss ja irgendwo hier unten weitergehen. Ist aber auch verwirrend. Na, guck mal. Gegner. Gegner. Hier waren wir noch nicht. Ich wurde jetzt noch auf der Autobahn geblitzt. Ich dachte erst, ich hätte eine Idee. Okay. Okay. Ich kriege besuch. Ich trinke mal was. Ich trinke mal es. Nein. Ich trinke mal. Ich trinke mal. Dann kriege ich wieder großen Besuch. Oh, je. Ach, Klaus, Alter, ne? Gut, der hat mich jetzt gekriegt. Der hat mich gekriegt. Dein Fluchen vorbei. Ich wünsche dir, Klaus, ganz viel Durchwahl. Einfach mal für zehn Wochen. So. Oh, danke für die 350. Oh, oh. Ja, das verdient. Mein armes Herz. Oh, nein. Oh, nein, nicht der. Die hören mich dann immer. Oh, okay. Oh, ich sehe nichts. Ich muss nachladen. Lass mich doch nachladen. Was soll denn das? Ach, ich kann mir auch immer mehr an, oder? Das ist auch scheiße. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Was ist das? Alter. Alles klar, okay. Böser Bord, das meine ich ... Oh, ja, 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 klar, ist jetzt ... Als ob, Klaus. Ob du dich dafür jetzt schämst oder dein Bot ... Ja, ja. Dankeschön. Äh, ja, munitionsmäßig sieht's jetzt wieder schön ... nicht so gut aus. Heilung habe ich jetzt auch eine Menge verbaten. Na gut. Und ... Okay. You again? Die Kreaturen der Robe stellen. Zweiter sammeln Magen. Kannst du den Magen beruhigen? Oh nein, ich muss jetzt einen Bosskampf machen. Mosi? Ups, verklickt. Genau in dem Moment, wo ich wieder weggeguckt habe, ne? Ihr mich auch! Dankeschön, Mosi, für die 43 Bits. Ihr wollt mich nur umbringen. Merge mir! So, ob ich irgendwelche Schätze, die ich... Ne, kann ich nicht. Aber ich kann sowas verkaufen. Das hier und das Goldplättchen. Eine z', Ideale gut struck. Hehehe. Hehe. ... All my wares are in tip-top shape, I assure you.